was läuft was geht leute gamble joey ist zurück wir sind wieder im sport hasa casino 9000 euro drauf ihr habt gesehen falls ihr es gesehen habt mein letztes video wir haben uns hochgekämpft bei crazy time ich werde heute etwas riskieren und zwar rams ist heute mal offen zwar nie probieren hatten sich jetzt viele gewünscht dass ich mal wieder in ramses gehen jetzt haben wir die balance vielleicht kriegen wir es heute hin da rein zu kommen slots wurden sich wieder gewünscht jetzt direkt drin und da war das buch auch schon echt man hätte doch mal machen können natürlich ein guter einsatz hier aber wenn ich jetzt riskieren dann genau was ich sagen wollte bei crazy time haben wir es geschafft 75x geht es ding war schon spannend hier offen zwar nie direkt ramses brutzig auch gewünscht ihr hattet bock drauf jetzt machen wir hier fünf katzen freispiele irgendwas beispiel und den kopf wäre natürlich mal geil ach schade einer gefehlt jetzt nicht schlapp machen einfach reingehen auf dem zwang hier kommt schon trau dich mal was ding 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 die spannung steigt jetzt oder mal ganz locker hier paar köpfe reinhauen irgendwas serie oder so kommt schon ding 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 ach doch mal jetzt jetzt kommt und da jagt er wieder vorbei kann es doch nicht sein kann es doch nicht sein komm wir müssen jetzt einmal reinkommen muss doch möglich sein ding 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 ding您 wieder nimmstíd und ddr nicht komm schon auf das wann ich scheinen dir wieder zu lassen oh wir sind drin jawohl hat ja gar nicht so lange gedauert knapp 800 euro aber jetzt offen zwar mir natürlich die hoffnung auf mehr ich freue mich geil kommt schon jetzt die blume ich will sie ja immer die blume kopf komm ein vierer oder verlängerung 3 wenigstens sind schon 2.000 euro verlängerung gibt es hier keine köpfe oder das a3 jawohl 2000 euro leute ja mann krass krass jetzt noch mal vierer wären schon 20 mille gewesen aber 2.190 euro spannende freispiele wir sind hoch auf 10.440 euro leute krass gucken ob wir hier noch mal rein kommen jetzt direkt back to back schade das wäre es gewesen einmal vollbild jetzt oder ein vierer das wäre in 10 das hat auf jeden fall laune gemacht falls ihr auch mal ein sport hasa zocken wollt checkt meine links in der video beschreibung bei mir läuft es gerade echt gut hier geil ja 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 jetzt noch mal rein ja ich glaube jetzt muss ich mir erst mal überlegen was ich was ich hier mache vielen dank fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal euer gamble jury haut rein macht gut leute